Sie sind bei einem Verkehrsunfall oder einem sonstigen Unfall zu Schaden gekommen? Hierdurch hat sich Ihr Leben schicksalhaft gewendet? Wir verfolgen zügig und umfassend Ihre Ansprüche gegenüber dem Schädiger und dessen Haftpflichtversicherung, notfalls gerichtlich. Bitte teilen Sie uns hierzu den Sachverhalt, möglichst unter Benennung von Zeugen, sowie Ihre Beeinträchtigungen, Beschwerden und Einbußen mit. Wir werden die Angelegenheit erst nach angemessener Entschädigung Ihrer Ansprüche abschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017